Wer bin ich? Diese philosophische Frage beschäftigt Menschen wohl schon seit Anbeginn der Zeit. Dabei sind die Antworten darauf so vielfältig wie die Menschheit selbst. Sie führt uns zu den Fragen. Was macht meine Identität aus? Welchen Gruppen fühle ich mich zugehörig? Wie definiere ich mich selbst? Haben Sie sich diese Fragen auch schon einmal gestellt? Wie antworten Sie darauf? Machen Sie doch eine gemeinsame Übung dazu. Nehmen Sie bitte ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und zeichnen Sie einen Kreis auf das Blatt Papier. Diesen Kreis unterteilen Sie dann in fünf gleichgroße Stücke, wie ein Tortendiagramm. Jetzt schreiben Sie bitte in jedem Abschnitt einen Begriff, der Sie und Ihre soziale Identität beschreibt. Dabei geht es um soziale Kategorien, denen Sie sich zugehörig fühlen. Sie sollten gedanklich den Satz vervollständigen, ich bin. Denken Sie daran, Sie haben nur fünf Begriffe zur Verfügung. Welche wählen Sie aus, um Ihre Identität anderen zu beschreiben? Nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür. Haben Sie die fünf Begriffe gefunden, die Ihre Identität beschreiben? War das einfach oder schwierig? Lassen sich die von Ihnen gewählten Attribute einer oder mehreren der hier aufgelisteten Überkategorien zuordnen? Über welche dieser Identitäten denken Sie oft nach? Über welche vielleicht selten oder gar nicht? Häufig ist es so, dass wir, vielleicht unbewusst, Identitäten in den Vordergrund stellen, bei denen wir uns sozusagen in der Minderheit befinden oder die im Alltag am relevantesten sind. Wenn Sie als Deutsche in Österreich leben, ist vielleicht Ihre nationale Identität für Sie bedeutsamer, als wenn Sie in Deutschland leben würden. Die Wahrnehmung der eigenen Identität ist somit oft kontextabhängig. Sie ist aber auch abhängig von dem, wie uns andere Menschen wahrnehmen. Manche Kategorien, wie zum Beispiel Erstsprache oder Religion, spielen vielleicht in der eigenen Wahrnehmung keine zentrale Rolle. Vor allem dann nicht, wenn diese der gesellschaftlichen Norm entsprechen und nicht mit Stereotypen oder Vorurteilen behaftet sind. Wenn Sie sich zum Beispiel nie darüber Gedanken machen müssen, wie Ihre soziale Herkunft von Ihrem Umfeld wahrgenommen wird, kann leicht übersehen werden, dass diese Kategorie für andere jedoch identitätsstiftend sein kann. Manchmal können unsere sozialen Identitäten zu gesellschaftlichen Benachteiligungen führen. Zum Beispiel mit dem Resultat, dass es immer noch weniger Frauen als Männer in leitenden Positionen gibt. Oder, dass der Zugang zu höherer Bildung in Österreich nach wie vor sehr stark von der Bildungsbiografie und der sozialen Herkunft der Eltern abhängig ist. Direkt an das Thema Identität knüpft daher der Diskurs rund um Diskriminierung und Privilegierung an. Dabei handelt es sich um zwei Seiten einer Medaille. Diskriminierung und Privilegierung sind immer miteinander verknüpft. Mit anderen Worten, auch wenn in öffentlichen und medialen Debatten das Thema Diskriminierung im Zentrum steht, ist es wichtig, sich die andere Seite anzusehen und dabei vor allem die eigenen Privilegien zu erkennen und selbstkritisch zu hinterfragen. Je nachdem, welchen Kategorien wir uns zuordnen oder auch in welche Schubladen wir von anderen gesteckt werden, können wir Diskriminierungen erfahren oder von diesen verschont bleiben. Im letzteren Fall erfahren wir durch unsere Identitätsposition bewusste oder unbewusste Privilegien. Auch das lässt sich mit einer kurzen Reflexionsübung besser verdeutlichen und erlebbar machen. Lesen Sie sich bitte die nachfolgenden Sätze durch und überlegen Sie, ob diese Aussagen auf Sie persönlich zutreffen. Denken Sie auch darüber nach, was das für Sie und Ihre Wahrnehmung von sich selbst und von anderen bedeutet. Wie viele der Aussagen können Sie für sich selbst bejahen? Welches Gefühl entstand während der Übung bei Ihnen? Welche Gedanken haben Sie im Moment? Wie Sie vielleicht merken, sind Privilegien hier nicht als etwas inhärent Positives zu verstehen, wie die Konnotation des Wortes vielleicht vermuten ließe. Vielmehr gäbe es in einer sozialgerechten Gesellschaft keine Sonderrechte für bestimmte Individuen oder Gruppen, weil es für andere keine Benachteiligungen oder Diskriminierungen gäbe. Deshalb kann diese Übung durchaus Unbehagen oder Schamgefühl auslösen, vor allem bei jenen, die sich in privilegierten gesellschaftlichen Positionen befinden. Dieses Unbehagen gilt es aber zu überwinden und Wege zu finden, wie Sie diesen Themen im Alltag sensibler begegnen können. Außerdem soll die Übung verständlich machen, dass es bei Diskriminierung nicht nur um die Diskriminierten geht. Es geht auch immer um jene Menschen, die von gesellschaftlichen Hierarchien und Machtverhältnissen profitieren und darum, dass gerade diese Menschen dabei mithelfen, eine sozial gerechtere Gesellschaft zu erschaffen. Nehmen Sie sich also gerne noch ein paar Minuten Zeit, um über die Übung zu reflektieren. Denken Sie vielleicht weiter darüber nach, welche unbewussten Privilegien Sie noch aufgrund Ihres Alters, Ihrer Geschlechtsidentität, Ihrer sozialen Herkunft oder Ihres Berufs, aber auch aufgrund Ihrer Hautfarbe, Erstsprache, Nationalität oder Bildungsbiografie haben. Schreiben Sie sich diese Sätze in der Ich-Form auf und denken Sie darüber nach, was das für Ihr Verständnis von Anti-Bias-Arbeit und sozialer Gerechtigkeit bedeutet. Zum Abschluss soll noch etwas betont werden. Die eigenen Privilegien zu erkennen und zu reflektieren ist nicht einfach, aber notwendig für ein besseres Verständnis von uns selbst und von anderen. Machen Sie diesen ersten Schritt auf Ihrer persönlichen Reise zu mehr Bewusstsein und einer sozial gerechteren Gesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017